Linguistik in 60 Sekunden Nummer 13 Form und Funktion. Eine der basalen Unterscheidungen in der Analyse sprachlicher Einheiten ist die zwischen Form und Funktion. Eine Form kann mehrere Funktionen erfüllen und eine Funktion kann von mehreren Formen erfüllt werden. Neben dieser Differenzierung ist wichtig, in Bezug auf welche Entität die Funktion bestimmt werden soll. Wie im Beispiel kann das ein einfacher Satz sein. Dessen Elemente lassen sich formal bestimmen. Peter ist Nomen im Nominativ, Schokolade im Akkusativ, mit in liegt eine Präposition vor und mit zwei ein Adjektiv. Diese bilden größere Einheiten, die man je nach Ansatz als Gruppen, Phrasen oder Konstituenten bezeichnet. Zusammen bilden sie den Satz, die Periphrase. In Bezug auf diese Größe übernehmen die Elemente eine bestimmte Funktion. Sie sind Subjekt, Objekt oder Modaladverbial. Dass sprachliche Einheiten einer bestimmten Form unterschiedliche Funktionen übernehmen, wird deutlich, wenn man die sogenannte Konverse des Satzes bildet, ihn also ins Vorgangspassiv setzt. Obwohl die Nominalfrase, die Schokolade, wegen formaler Identität von Nominativ und Akkusativ zwar dieselbe Form zu haben scheint, hat sie nun die Funktion des Satzsubjektes und damit die Form einer Nominalfrase im Nominativ. Objektik, Objekt quagrierer startet hier. Objektik, Objektik und Nominativression in der Stanczigkeit. Objektik mit Schlaglus, sie während Formen, wird deutlich, dass Sie sich verwendet, Objekt같ig material Babur deal das unterneiden, RW-K�osion-K�v. Be Napole, würde dietrich B!!! Untertitelung des ZDF, 2020